Yo, hier ist der Marquardt. Willkommen zurück auf dem Kanal und in dem Video werde ich mit dir darüber sprechen, in welcher Stadt oder in welchem Land Game am besten ist. Es gibt ja immer viele Leute, die meinen, ja, Ausland ist besser. Es gibt andere, die sagen, ja, Berlin ist besser. Es gibt manche wenige, die sagen vielleicht, Frankfurt ist sehr gut. In dem Video werde ich dir sagen, wo es am besten ist. Und da kann ich gut drüber reden, weil ich so ziemlich in Deutschland überall gegamed habe. In Europa war ich sehr viel unterwegs, USA auch und Ostasien. Und ich wünsche dir wie immer viel Spaß in dem Video. Wolltest du schon immer mal deine Traumfrau kennenlernen und verführen? Hättest du gerne mehr atemberaubenden Sex mit wirklich wunderschönen Frauen, die du beigefallen in eine Beziehung kriegen kannst? Mein Name ist Marquardt und auf diesem Kanal zeige ich dir genau das. Nämlich, wie du Frauen leicht kennenlernst und sie verführst. Viel Spaß dabei. In welcher Stadt oder auch in welchem Land ist Game am besten? Ich bin hier gerade übrigens in Frankfurt am Römer, in der wunderschönen Altstadt von Frankfurt. Ja, das ist eine viel diskutierte Frage. Eine Frage, die vielleicht auch sehr viele Leute beschäftigen. Und das eine, was dir vielleicht auffällt, wenn du mal mit ein paar Leuten über dieses Thema gesprochen hast, ist, dass jeder immer sagt, dass es in seiner Stadt am schwierigsten ist. Jeder, der aus Frankfurt kommt, der sagt, ja, in Frankfurt, da sind alle Frauen mega bitchy und es ist voll schwer. Und jeder, der meinetwegen aus München kommt, der sagt, oh, München ist die schwierigste Stadt. In München sind die Girls voll arrogant und es ist richtig schwer, eine kennenzulernen. Wenn ich in Berlin wohnen würde, dann wäre das alles super easy, dann wäre das alles ganz anders. Und jeder, der in Berlin ist, der sagt wieder, ja, Berlin, da sind die alle versnobt und sonst was. Und jeder denkt quasi so, die eigene Stadt ist wirklich am schwierigsten. Besonders auch nochmal, wenn es so die Heimatstadt ist, weil man dann diese, weil man da einfach aufgewachsen ist oder weil man da vielleicht angefangen hat mit dem Game. Und ganz oft ist es tatsächlich so, wenn du dann mal in den Urlaub fährst, wenn du meinetwegen Partyurlaub machst mit deinen Homies und viel Alkohol trinkst und viel feiern gehst. Dann fühlst du dich natürlich ganz anders in dieser Stadt. Und dadurch, dass du viel weggehst, sammelst du natürlich auch ganz andere Erfahrungen. Also es wäre bei mir genauso, wenn ich immer nur in eine andere Städte gegangen wäre, um da Party zu machen, um da einen auf den Topf zu hauen, dann würde ich natürlich denken, dass die Frauen in Anführungsstrichen in den anderen Städten viel leichter sind als hier. Was aber eigentlich Quatsch ist. Ich kann dir sagen, ich hatte mit den allermeisten Frauen hatte ich wirklich in Deutschland Sex. Und da spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, in welcher Stadt du wohnst. Natürlich habe ich auch so ein bisschen so meine eigenen Präferenzen, einfach aufgrund von meinen Erfahrungen. Aber ich kann dir sagen, egal wo du wohnst in Deutschland, es spielt eigentlich relativ keine Rolle. Die Frauen sind überall gleich leicht oder gleich schwer. Also es gibt nicht so diese eine einfache Stadt. Es gibt auch nicht so diese eine Stadt, die ultraschwer ist im Vergleich zu den anderen. Es ist auch nicht so, dass die Frauen in der einen Stadt arroganter sind als in der anderen. Es ist einfach so, dass du dich anders fühlst in den verschiedenen Städten. Oder auch, wenn würde ich zum Beispiel nach Berlin gehen und würde denken, dass da alle Frauen arrogant sind, dann würde ich ja quasi schon mit diesem Glauben dahin gehen und dann würde ich mich aufgrund von diesem Glauben anders verhalten. Und das ist eine sehr wichtige Tatsache, die die allermeisten ignorieren. Und das hängt natürlich auch von deinem Game ab. Sagen wir mal, dein Game ist noch nicht so gut und du fängst erst gerade so ein bisschen an. Dann tust du dir noch schwieriger und dann sagst du vielleicht, dass deine Stadt am schwierigsten ist. Und jemand, der ein gutes Game hat, der in deine Stadt geht, der sich da relativ leicht tut, für den ist es natürlich anders. Der denkt sich, hey, das ist geil. In der Stadt habe ich überhaupt keinen Wettbewerb. Das eine, was du vielleicht sagen kannst, ist, je kleiner die Stadt, desto weniger Competition hast du und desto einfacher ist vielleicht tendenziell die Logistik. Aber das muss auch nicht unbedingt der Fall sein. Also man kann nicht wirklich sagen, dass die eine Stadt leichter ist als die andere. Das eine, was du vielleicht sagen kannst, ist, dass es in Thailand leichter ist als in Deutschland. Ja, aber das hängt natürlich auch immer davon ab, was dir jetzt gefällt oder sonst was. Und ich würde, by the way, auch nicht sagen, dass es in den USA leichter ist als in Deutschland. Das kann man meiner Meinung nach auch nicht sagen. Das eine, was ich ein bisschen festgestellt habe, ist, dass je mehr du Richtung Osten gehst, desto ein bisschen konservativer werden die Frauen. Und desto mehr achten sie ein bisschen mehr auf ihre Schönheit. Ja, im Norden von Europa, da sind die Länder tendenziell sehr säkular, also säkulär, sagt man das so. Also die sind nicht sehr religiös, also ein bisschen weniger konservativ wahrscheinlich in Deutschland. Das ist so die eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ansonsten ist es relativ egal, wo du wohnst. Die allermeisten, die machen wirklich einfach nur Excuses, was das angeht. Oder die allermeisten denken einfach, ja, in meiner Stadt ist das Schwierigste und damit machen sie Excuses. Und dann gehen sie vielleicht woanders zum Feiern hin und dann ist es da natürlich leichter. Ja, wenn ich das so machen würde, dann wäre es bei mir genauso. Dadurch, dass ich recht viel rumgereist bin, kann ich dir sagen, spielt überhaupt keine Rolle, wo du weggehst. Zürich ist auch nicht leichter oder schwieriger als Frankfurt. Ja, ist auch nicht leichter oder schwieriger als Berlin. Es hängt alles, ist alles in deinem Kopf, ist alles wirklich eine reine Kopfsache. Schau, dass du es einfach neutral betrachtest. Schau, dass du neutral an die ganze Sache rangehst und denk dir immer, es hängt viel mehr von deinen persönlichen Erfahrungen ab, die du in der beliebigen Stadt gemacht hast. Und falls du dir jetzt trotzdem immer noch denkst, dass die Frauen in Berlin leichter sind als in Frankfurt, dann können wir natürlich auch da ein Coaching machen. Wenn du kein Ego hast, wenn du gut im Ausführen bist, wenn du die Sache ernst nimmst, wenn du später nichts bereuen möchtest in deinem Leben, dann ist das der einfachste Weg für dich, um speziell mit den Frauen dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Ich kann nur sagen, ich finde es schön, jede Menge Erfahrungen gesammelt zu haben und ich möchte sie nicht vermissen. Und für mich ist es wirklich das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Ich kann sagen, dass ich jede Menge erlebt habe. Und die Erfahrungen, schlussendlich das wirklich Wertvolle, ist das, an was du dich später mal erinnern wirst in deinem Leben höchstwahrscheinlich. Ja, materielle Dinge sind nicht so viel wert, wie eine richtig coole Geschichte, wie eine richtig coole Erfahrung, die du gemacht hast. Und auch noch ganz, ganz wichtig, du möchtest nicht zu viel Zeit in deinem Leben verbringen mit Frauen, die dir meinetwegen nicht gut tun oder mit denen du keinen guten Sex haben kannst. Also geh auf meine Website, denginadvice.de, bewirb dich auf ein Coaching. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann, dein Marc. Ciao.